Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom Casinoplusbonus.com. Heute bin ich im Time-to-Spinn-Casino. Also es ist Zeit zu spinnen, zu drehen. Und zwar gibt es hier ein 5 Euro Angebot, gratis allein für die Anmeldung. Und es ist ein hervorragendes Casino mit super Software. Das möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Fangen wir gleich mal an mit den Spielen. Also, Spiele sind hier gut vertreten durch Anbieter, die man sonst gar nicht so oft findet. Und zwar fangen wir an mit Novomatic. Und ich klicke gleich mal drauf, weil viele vermissen diese Spiele ja sehnsüchtig. Und hier sind sie zu spielen. Und das Schöne daran ist, wenn ich jetzt mal hier nur allein auf den Rex gehe, dann ist das so, dass diese 5 Euro, die ich hier oben als Bonus habe, auch hier zum Spielen möglich sind. Also mit einem kleinen Einsatz, wenn ich jetzt mal hier runterdrehe, bis 40 Cent, könnte ich hier mein Glück versuchen. Und zwar habe ich die restlichen Anbieter, die mit dem Bonus zu spielen sind. Und das sind ganz schön viele. Und gute habe ich wie immer im Artikel erfasst. Und von dort aus können Sie dann auch überhaupt erstmal den Bonus erhalten, dort im Artikel. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Einfach anklicken, dorthin navigieren, von dort anmelden. Und schon haben Sie auch die 5 Euro auf Ihren Account nach der Anmeldung. Geht recht unproblematisch. Entschuldigung. Wenn nicht sogar super fix und schnell. Überhaupt lädt das Casino recht schnell. Also alles schnell hier zu sehen. Kurze Sache. Steckplätze. Daran haben wir uns gewöhnt, dass die Slots hier auch Steckplätze genannt sind. Naja gut. Es gibt hier einen Live Casino Bereich. Auch schön natürlich nicht zu spielen mit Bonus. Aber es ist vorhanden. Und man wird hier nicht immer mit Bonus spielen. Auch die Möglichkeit, einen größeren Gewinn zu bekommen, ist möglich mit den Angeboten im Jackpot Bereich. Und zwar sind hier gerade die Blueprint Spiele am meisten vertreten. Und Blueprint lässt sich auch hervorratend spielen, aber leider nur ohne Bonus. So, und wenn wir gerade beim Bonus sind, gehe ich doch hier mal auf die Aktion. Und wenn dann der Willkommensbonus hier dran steht mit 500%, kann man da natürlich etwas runter gehen. Weil es sind 200% für die erste Einzahlung. Aber das ist doch ein gutes Angebot. Plus 200 Freispiele aufgeteilt auf 4 Tage. Ist doch super. Die zweite Einzahlung mit 100% und die dritte wieder mit 200%. Also da lohnt es sich doch schon mal ein Bonus. Die Bonusbedingungen sind hier echt gut beschrieben. Kurz gehalten, nicht kompliziert. Und einfach nur loslegen und spielen. Das ist natürlich ein Casino, wo man sagt, das mag ich. Da ist nicht irgendwelches Geschwabel drin, sondern einfach hier entsprechend loslegen und mit etwas Glück gewinnen. Die Favoriten können dann angeklickt werden, sobald sie dann halt das kleine Herzchen gesetzt haben, dass sie die kennzeichnen als Favoriten. So, dann gibt es noch einen Bonus-Shop, wo sie ihre gespielten Gelder dann umwandeln können in echtes Geld oder verdienen in Spin-Coins. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier belohnt zu werden. Auch ein VIP-Angebot gibt es, also wenn das ihr Casino, ihre Wahl wird und sie länger hier spielen, was nicht auszuschließen ist, weil es wirklich gut aufgestellt ist. Von allen Seiten her. Also von der Sortierung über die Bonusangebote, über die Regeln, eigentlich alles super gut vorhanden. Und jetzt ist es nur noch da dran, entsprechend zu gewinnen. Hier nochmal die neuen Spiele, die das Time to Spin jetzt aufgenommen hat. Das sind nicht immer neue Spiele, das ist ja allgemein bekannt, sondern die jetzt hier in dem Moment aufgenommen worden sind. Die Anbieter hatte ich ja schon gezeigt. So, dann gibt es hier noch ein paar Sammlungen, wo ich dann eben hier einstellen kann. Also hohes Risikospielen, die hohen Risikospiele, dass das hier mit aufgeführt ist. Ich würde sagen, mir fehlt noch Book of Dead dazu. Also da fehlen noch ein paar diese Kaufspiele hier, wo man eben mit Bonus, mit echt Geld, dann sich ein Bonus kaufen kann und so weiter. Alles gut geordnet und je nachdem, was Ihre Vorliebe ist bei den Spielautomaten, können Sie das hier auch nochmal wählen. Oder Sie suchen eben Ihren Favoriten, den Sie schon immer gern gespielt haben. So, dann gehe ich nochmal hier kurz auf die Einzahlung. Und zwar ist das hier die Überweisung oder Kreditkarte oder Kryptowährung auch gut aufgestellt. Und selbst die Auszahlung funktioniert ganz gut mit einem Banktransfer. Oder dann eben auch per Bitcoin nur die Kreditkarte als Auszahlung fehlt hier. Das wäre mal noch was. Aber im Prinzip kann man damit sehr gut zurechtkommen und zufrieden sein. Also, alles in allem das Time-to-Spinn. Ein gutes Casino, was auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Und mit den 5 Euro mal zum Ausprobieren. Und das an Spielautomaten, die sonst gar nicht für deutsche Spieler spielbar sind wie Novomatic, ist doch was, wo man sagt, das kann man ausprobieren. Und auf jeden Fall ist das Time-to-Spinn einen Besuch wert. So, viel mehr gibt es jetzt auch hier gar nicht zu sagen. Klare Regeln, tolle Anbieter, schnell ladend. Und so weit, so gut, dass ich kaum was zu meckern habe. Also eigentlich nichts zu meckern. Jetzt geht es nur daran, noch die 5 Euro umzusetzen. Die Erwartungshaltung dabei ist natürlich gedämpft. Aber vielleicht schafft man es auch. Es wäre nicht das erste Mal. 25 Euro sind übrigens daraus. Kann man sich erdrehen mit dem nötigen Klick, Glück und Klick am Spielautomat. Ja, so kann man es auch sagen. Also, hier geht es los. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück dabei. Tschüss, Ihre Denise. Bis zum nächsten Mal.